Da habe ich denn so einen ganzen Scheiß Eisenherz aufgenommen. Wenn wir das wüssten, ne? Mhm. Und ich habe noch Kohle, was soll ich denn damit? Das ist, weil ich immer hier die ganzen Laufbänder irgendwie freihauen muss. Und Kupfer erst, ne? Das kriege ich ja nicht. Okay. Ich automatisier jetzt einmal hier oben diese... ...diese fünf... ...Alles im Dinger da. Das ist ja nervig. So. Mach das. Ah ja. Da. Und jetzt kommt auch unsere Steinproduktion wieder ins Rollen. Das ist doch fantastisch. Was erforschen wir denn jetzt, Kinders? Was wollte er haben? Forschung. Was Gutes. Schnelle Forschung. Was Gutes. Ja. So, wie sieht es hier eigentlich mit unseren Pollution und so weiter aus? Sehr gut. Das dürfte so langsam mal um die Decke, durch die Decke gehen. Richtig. Mehr durch die Dicke. Also ist schon tiefrot, ne? Sag ich mal. Ist schon nicht so gut. Ja, ja. Erreicht das gerade irgendwelche... Nö, nö. ...kritischen Sachen? Ne, die haben wir ja schon weggemacht, zum Glück. Die ganz nah dran waren. Die Kleineren. Die haben wir ja schon vernichtet. Ja toll. Ich durfte nichts machen. Ich hab noch keinen einzigen Schuss abgegeben. Mann, du hast selbst gesagt, du überlässt das uns, weil du das nicht machen willst. Keinen einzigen Schuss. Entscheide dich, verdammt, nochmal. Verdammt, nochmal. Dann geh halt nach Süden. Da ist so ein kleines Nest. Da bümmelt doch schon wieder einer irgendwo rum. Übrigens, ihr habt Tore, ne? Ihr könnt Tore bauen. Yay. Glaube ich irgendwas. Wo sind die? Ja? Ja, haben wir das nicht erforscht? Doch, ich bin mir nicht sicher. Oh, fuck. Oh, Welle. Kriegt der Hände? Ich hab geschossen. Oh, wow, die Mauer ist im Arsch. Ne, ich hab nicht geschossen, oder? Da oben sind noch Viecher. Zwölf weiter. Guck mal rechts, Nino. Da, das kannst du alles wegmachen. Hey, meiner schießt nicht. Netteste. Oder keine Munition mehr, Nino? Kann das sein? Ich hab hier die Mauer repariert. Oh. Oh, guck mal, wie ich sie kille. Oh, meine Fresse. Okay, warum haben wir hier eigentlich keine gerade Mauer? Das irritiert mich. Okay, was geht jetzt hier ab? Okay, Freddo, das hier muss begradigt werden. Frontverlauf begradigen. Wir haben nicht so viele Kräfte. Frontverlauf begradigen. Und natürlich, bau dann die Tür. Ne, warte mal. Wie willst du das denn begradigen? Ja, du brauchst einfach eine Mauer nach gerade nach unten. Nach gerade nach unten? Nach gerade nach unten? Was ist das hier? Weißt du, wie viel Mauer ich da brauche? Ja, weißt du, wie viel Mauer ich gerade produziere? Hier, und das ist Eisenerz. Das möchte ich gerne eingemauert haben. Und warum ist hier kein Tor? Alter, was ist denn los mit dir, sag mal? Wo sind denn die Tore? Ich hab die da auch vor. Es gibt keine Tore. Ah, nee, die haben wir nicht erforscht. Das ist ja schön. Okay, als nächstes werden Tore erforscht, bevor wir irgendwie einen anderen Scheiß machen drehen. Ah. So, aber das sieht doch hier schon alles schon besser aus. So, ist eingemauert. Nino wird glücklich gleich eingemauert, das sag ich dir. Links unten wären wir irgendwie völlig auseinander geschossen. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch, das sieht nur so aus. Wir können auch Betonplatten, also Ziegelsteine auf den Boden legen, dann können wir schnell laufen, ne? Ja. Und Betonplatten später. Ja. Das ist dann noch später. Ich geh mal da links unten und guck mal, was ihr da für ein Istmos-Scheiß gebaut habt. Oh, das sieht aber gar nicht mal schlecht aus hier. Das gefällt. Ja, das ist schön. Ja, ein bisschen was hab ich in den letzten drei Stunden auch gemacht. Wie viel schon? In den letzten drei. Okay, hier unten ist eine Mauer nicht vollendet. Aber ich hab auch keine Mauer. Aber ich baue hier noch ein Problem. Weil ich bin cool. Das bist du, Nino. Das bist du. Wenn du irgendwas bist, dann das. Ja, sehr cool. Sehr cool. Mindestens. Mindestens doppelt cool. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Energieversorgung. Die ist ja fantastisch. Also, dass wir da oben angegriffen werden. Was ist denn da? Weiß ich nicht. Aber ich werde erstmal hier die ganze Base einbetonieren. Nee, das geht ja gar nicht hier. Da ist doch gar kein Nest mehr. Was kommt denn da auf? Das weiß ich nicht. Warum wollen wir denn hier noch Stein? Äh, hier. Stein ist hier. Genau da. Ja, wollen wir mehr Steinproduktion. Mehr Steinproduktion. Mehr Stein. Mehr Steinproduktion. Oh Gott. Oh nein. Hör auf. Sie sind wieder da. Dann mach sie weg. Hey, ich möchte auch mal mitmachen. Geh halt. Geh halt hoch, mein Kind. Möchte ich aber beeilen. Aber die räumt da oben alles alleine auf. Nee, da ist ein Wurm. Da ist ein Wurm. Da geh ich nicht ran. Granaten. Granaten. Die bringen aber gegen den Wurm nix. Granaten. Wir brauchen mehr Granaten. Unsere, der Pazifist. Ach doch. Ja, eben. Oh, das ist geil, wenn ihr in so einem Kraftwerk... Oh, warte, stopp. Bevor ihr irgendwer was upgradet. Ich möchte erstmal ein Tor. Was möchtest du? Tore. Tore. Oh, fuck. Das Ding hier ist nicht gut platziert. Wo finde ich jetzt eigentlich Stahlträger, sagt mal. Da, wo sie immer waren. Ah, okay. Ah, stimmt. Aber die haben keine Kohle. Okay, bauen wir noch so viel Wände oder müssen wir... Ich limitiere mal die Wandproduktion und... Sollte wir mal ein bisschen Beton kriegen? Mhm. Also, nee. Damit wir mal hier alles einbetonieren können. Mensch, dies ist aber viel Eisen. Ich bin noch fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich bin schon gemobbt, ey. Nein, es ist alles voll. Es ist alles verstopft mit Eisenplatten. Ja, klar. Es ist doch wunderschön. Das erinnert sich gleich. Wunderschön ist das. Ich bin krepiert Ninos Eisenversorgung, nämlich WhatsApp. Da krepiert überhaupt nichts. Ja, WhatsApp, ey. Ich sag's dir. WhatsApp. Was baust du denn da hinten? Gar nichts. Also, tatsächlich haben wir gerade genug Eisenproduktion. Was... Wir brauchen... Oh Gott, was hat sie denn hier gebaut? Achso, wir sollen jetzt hier die... Nee, was was? Du kannst die Wand abbreißen. Das ist not my business. Not my business, bitch. Wir werden hier irgendwie schon wieder attackiert. Ja, ja, da oben. Wie sieht's denn... Oh, shit. Ich weiß, was wir für Laser Turrets brauchen. Ich brauch der Pazifist. Wir brauchen dafür Batterien. Und für Batterien brauchen wir... Öl. Und Öl hochziehen. Das ist ein Crapdown of another fuck. Dann würde ich sagen, weniger rumheulen, mehr machen. Das ist ein Crap. Ich bin mir ein Crap. Bis zum nächsten Mal. hier kommt klar da oben hier so eine seitung nicht mehr oben oder was ich musste ja gerade so eine mauer abreißen ich bin überhaupt nicht mehr ich dachte ihr wollt da oben des gedülts abreißen hier gehst du jetzt zum würmchen oder was ja hallo ich wette du stirbst wir sind ein team dumm ist stück trotzdem am wurm was ist eine liebe hier liebe liebe ich sollte man dafür dass wir ein bisschen mehr panzerbrechende munition haben hat er nicht richtig schon für gesorgt ja aber die produktion steht still warum die nämlich leider noch manuell zu bedienen ist ja ja rika die schön auf manuell gestellt so tore sind da jetzt könnt ihr auch endlich hochbau so brauchen wir jetzt erstmal politischen oder ja nein 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 wir brauchen leider erst öl aber ich will ich will ich will nicht nino gehen wir da runter da ist stress du bist der einzige der gerade in der nähe ist ach du schlaß an der ganzen mauer stress okay wir brauchen definitiv mehr turrets okay aber ist auch schon tot ja ja da sind zwei warum sind da oben keine turmer ist ein großes würmchen und ein kleines würmchen das habe ich gesehen